Guten Morgen liebe YouTube-Freunde, was läuft hier beim Bauerhaus? Heute ist Sonntagmorgen, 5. April, fertig im Stall, gemistet, gefüttert. Zum Glück habe ich die NZZ am Sonntag. Kann ich da was lesen? Zum Zuhausebleiben befolgen. Meine Yamaha Pfizer bleibt hier stehen. Also, das Liebste wäre mir gewesen, heute Morgen eine Runde zu drehen. Ein paar Daten zu meiner Yamaha. Ich kann euch sagen, das ist eine Powermaschine. Die hat 150 PS, 1000 Kubik Vierzylinder. Aber das Ding geht ab wie die Sau. Hat auch ABS, aber sonst keine Elektronik. Mal schauen. Ja, letzten Herbst habe ich da noch einen neuen Pneur aufgezogen. Der sieht noch ganz gut aus. Benutzt erst bis hier, also ich war noch nicht an der Grenze. Bin noch nicht bis hier raus gefahren. Ähm, ein guter Ausbruch. Akropa-Switch. Der Dämpfer ist drin. Alles geprüft. Und die Koffer sind sehr praktisch. Machen aber das Motorrad ziemlich breit. Und für all diejenigen, die das nicht möchten, zu Hause bleiben. Trotzdem Motorrad fahren wollen. Es ist immer noch jedem freigestellt. Man darf noch Motorrad fahren. Es ist nicht verboten. Das möchte ich hier genau sagen. Aber macht was, wenn ihr unterwegs seid. Schaltet euer Handy aus. Dann gibt es keine Daten. Ähm, die erhoben werden können. Ähm, du bist dann zu Hause. Das ist mein Geheimtipp. Wenn ihr trotzdem Motorrad fahren wollt. Handy aus Problem weg. Und die Numa. Kommt sie rein. Gib dann ein Gudeli für die Numa. Kommt. Gib ein Gudeli Gudeli für die Numa. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Gute Fahrt. Schaltet das Handy aus. Bleibt gesund. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.